Ich habe lange gesucht, ich habe lange gesucht nach einer guten Zahnklinik, auch Preis-Leistungs-Verhältnis, wo passt und bin dann durch Zufall per Internet auf Denterprime gestoßen und da wir schon eine schlechte Erfahrung in irgendeinem anderen Land gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir probieren es aus, wir fliegen jetzt einfach eine Woche her, schauen uns das mal an und ich muss sagen, ich war vom ersten Tag begeistert, also hier stimmt alles, Sauberkeit, Freundlichkeit, also hier ist alles tipptopp, muss ich sagen und dann waren wir zur Untersuchung hier, dann wurde gesagt, was wir machen und das hat sich so entwickelt und ich möchte nirgendwo anders mehr hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.